Hallo, mein Name ist Mario Winkler von Fangblatt und ich erzähle euch heute alles Wissenswerte über das Thema Venusfliegenfalle oder auch lateinisch Dionaea muscipula genannt. Diese sehr beliebte Carnivora ist heimisch in den Ostküstenstaaten der USA, Süd- und Nord-Carolina. Die Venusfliegenfalle ist eine sehr intelligente Pflanze, da sie tatsächlich zählen kann. Auf diesen Blattinnenseiten befinden sich jeweils drei kleine Fühlbrusten und werden diese zweimal aktiviert, wird der Fangmechanismus ausgelöst. Bei einem Mal passiert tatsächlich gar nichts. Dieser Mechanismus bewirkt einfach, dass sich zum Beispiel kein Blatt oder kein Samenkorn, was über den Wind weggeweht wird, einfach in der Falle verfängt und das Auslösung Energie kostet. Die Pflanzen können diesen Vorgang des Verdauens drei bis vier Mal vollziehen, bis die Blätter schwarz werden, absterben und durch Schneue ersetzt werden. Ein ganz natürlicher Vorgang. Es gibt unzählige Kultivare mit verschiedenen Eigenschaften. Große Fallen, kleine Fallen, verschiedene Zahnungen, verschiedene Farben. Ganz grüne, ganz rote Riesenklone, sogenannte Giant-Klone mit Fallen über 5 cm. Die Pflanze verfügt über ein unterirdisches Rhizom, aus dem die vielen Fangblätter hervorgehen. Wichtig ist auch noch, nur mit Regenwasser gießen, denn die Wurzeln sind sehr kalkempfindlich. Im Sommer blüht die Pflanze an diesen Blütenstängeln mit großen weißen Blüten. Die hier ist schon ein bisschen weiter und hat jetzt sozusagen schon Samen angesetzt, welche dann im Frühjahr am besten ab April ausgesät werden können. Die Aussaat erfolgt, indem man einfach die Samenkörner auf feuchten Torf legt. Die Keimung erfolgt ungefähr nach 6 bis 8 Wochen. Und von diesen Jungpflanzen bis zur blühfähigen Pflanze dauert es ungefähr 2 bis 3 Jahre. Da die Venusfliegenfallen dieses unterirdische Rhizom haben, ist die Überwinterung problemlos, indem man die Pflanzen bei 5 Grad ungefähr recht hell, aber trotzdem nicht zu feucht aufstellt. Und im Frühjahr treibt aus diesen Rhizomen die neuen Blätter hervor. Weniger bekannt ist, dass die Venusfliegenfalle auch in Deutschland winterhart ist. Temperaturen bis minus 10 oder 12 Grad werden toleriert. Dazu sollte die Pflanze ausgepflanzt in einem Moorbeet oder in einem größeren Moorkübel überwintern. Das war ein Überblick über die Venusfliegenfalle. Seid ihr interessiert in diesem Thema, schaut euch unsere anderen Videos zum Thema Saracenia, Nepenthes und Sonnentau an. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Mario von Fangblatt. Wir lieben Pflanzen.